Ich grüße euch. DJ Dratsch mit Mubi Jules geht in die zweite Runde. Den Typ neben mir stelle ich gleich vor. Jetzt geht es erstmal los. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von DJ Dratsch mit Mubi Jules. Nachdem die erste Folge mit Olli und Sascha von den brachialen Musikgestaltern BMG ziemlich gut angekommen ist und wir eigentlich auf allen Kanälen positives Feedback erhalten haben, machen wir heute mal direkt weiter mit dem Abräumen der diesjährigen Facebook-Poll. Ich grüße dich, Ben. Hi, grüß dich. Sag mal, wie und wo hast du das Ergebnis wahrgenommen? Hast du die Zeitschrift gekauft, hast aufgeblattet, boah, krass, ich stehe da drin oder hast du davor schon irgendwie so einen kleinen Tipp von irgendjemandem bekommen? Ja, ich habe die Zeitschrift erfahren und einen Tipp habe ich natürlich auch bekommen von meinem DJ-Kollegen, dem Sebastian Groth, der das ultra witzig fand, mich dann so ein bisschen im Dunkeln stehen zu lassen und mit einer schönen WhatsApp-Nachricht mich drauf hingewiesen hat. Ja, das klingt doch ziemlich geil. Du hast den Track Homeless gemacht. Erden Bayer, Deborah Deluga, Pappenheimer haben die gespielt. Wie fühlt sich das eigentlich für dich an, dass da plötzlich die großen DJ-Namen deinen Track plötzlich auf einer großen Party wie Nature One spielen? Pfff, das ist eine gute Frage. Also das Gefühl ist schon, ich weiß gar nicht, was ich das beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall unfassbar schön, das Gefühl. Als der Pappenheimer auch zu mir kam und mir dann mit Riesenaugen erzählte, hey, Century Circus, Adam Bayer spielt gerade dein Lied. Das war schon ein Moment, wo ich echt nicht wusste, was ich sagen sollte. Also das ist schon ziemlich unbeschreiblich, ja. Im Übrigen war ich da auch mit dabei. Jörg und ich stehen im Century Circus. Jörg tippt mich an, hey, das ist das Lied von Ben. Und ich so, krass, okay, Ben, das ist eigentlich noch relativ klein. Adam Bayer so der König in der Techno-Szene. Ja, fett. Sag mal, du produzierst dir selber, wie lange dauert das eigentlich, bis du so einen Track mal fertig gemacht hast? Kann man das sagen, ja, es dauert zwei Stunden, drei Tage oder ist das einfach eine Arbeit von Wochen oder Monaten? Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch mal Tracks, wenn das dann wirklich so richtig läuft, du dann dich schön reinarbeiten kannst und dann sind die auch mal in mehreren Stunden fertig. Aber ich habe teilweise auch wirklich Tracks angefangen, die ich in Wochen lang mal kurz wieder anschneiden und dann denkst du, ah nee, und das gefällt mir nicht. Und ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie in so einem Bereich arbeitet. Und man will dann auch irgendwo was Perfektes kreieren. Und ja, das ist schwierig einzuschätzen. Also das ist mal so, mal so. Ja, im Endeffekt ist es wie bei mir. Manchmal hat man so einen Flow, wo man relativ schnell fertig wird. Aber manchmal sagt man, okay, ich schlafe lieber noch mal eine Nacht drüber, höre es mir dann noch mal an oder schaue bei mir halt, ich schaue es mir dann noch mal an. Dann sagt man, okay, was habe ich denn gestern eigentlich gemacht? Ist ja eigentlich gar nichts. Woher kennen wir uns eigentlich? Woher kennst du MovieJules? Hm, woher kenne ich dich denn? Du bist der Typ hinter der Kamera. Und vor der Kamera. Jetzt mittlerweile auch sogar vor der Kamera, das stimmt. Und das erste Mal habe ich dich, glaube ich, gesehen auf der In-Your-Face-Veranstaltung. Da kannten wir uns nicht, aber da hast du das After-Movie gemacht. Da habe ich deinen Namen das erste Mal wirklich gehört. Und danach haben wir uns eigentlich kennengelernt durch die Jungs, sage ich jetzt mal. Und von mir auch lieben gelernt. Das darf man nicht vergessen. Sag mal, Ben Dast, warum Ben Dast? Hat deine Mama früher gesagt, wo du noch da geheimnisgewohnt hast, ey, Benni, machen wir das Zimmer sauber. Da ist ja überall hier Staub. Oder wie hat sich der Name zusammengesetzt? Also tatsächlich habe ich mein Zimmer echt fast nie aufgeräumt. Es sah teilweise auch echt schlimm aus. Und meine Mama hat es auch sehr oft gesagt, das stimmt, ja. Aber es hat damit nichts zu tun. Gibt eigentlich nicht mal eine Geschichte hintendran. Es war eigentlich so ein spontaner Einfall. Du bist ja bei Pappenheimers Abfahrt Würzburg unter Vertrag, Label und Booking. Wo hast du nun Jörg oder Pappenheimer kennengelernt? Und warum gerade er, warum nicht bei einer anderen Booking-Agentur? Da gibt es ja gefühlt Tausende. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den genau kennengelernt habe. Natürlich durch die Musik kennt man ihn schon lange. Ich bewege mich jetzt auch schon sehr lange in der Szene. Warum zum Pappenheimer? Also ich glaube, eine bessere Connection, was die Freundschaft oder was einfach die Liebe zur Musik das Ganze so ein bisschen aufwertet, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und diese familiäre Beabfahrt ist einfach das, was ich gesucht habe. Also es läuft ja. Was will man denn mehr? Ja klar, deswegen liebe ich auch einen Pappenheimer. Zwar jetzt nicht auf die eine Weise, aber auf die berufliche Art liebe ich ihn sehr und schätze ihn auch sehr. Apropos, du hast eine geile Cappy auf. Die gefällt dir, gell? Die finde ich super. Geile Cappy. Ich habe übrigens auch eine neue Cappy. Wir verlosen jetzt einfach mal eine neue Homeless Cap. Und weil wir gerade so gut drauf sind oder ich gerade so gut drauf bin, gibt es auch noch eine Mubi-Schulz-Cappy und ein T-Shirt obendrauf. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, warum ihr die Cappy haben wollt. Ob es für euch ist oder doch für die Freundin oder für einen Freund. Wie auch immer, schreibt es in die Kommentare rein. Und ja, viel Glück. Tschüsschen. Tschüsschen. Ohne Wodka. Eigentlich wollten wir eigentlich das Interview bei mir draußen im Garten machen, weil Sonne wird ja langsam mal kommen. Aber Strich durch die Rechnung, fast Regen, scheiße. Egal. Festival-Saison 2017. Was steht denn eigentlich bei dir dieses Jahr an? Festivals, vielleicht auch noch Ende des Jahres kommt ein neues Release. Was gibt es? Was passiert? Was geht mit Bandust ab? Releases werden auf jeden Fall noch einige dieses Jahr folgen. Ich habe momentan die Pipeline echt vollgeknallt mit neuen Sachen. Ich sammle reichlich neue Ideen. Es wird auch noch Kooperationen mit Sebastian Grozen geplant, mit Matt Mussen geplant, mit Pappenheimer ist noch was geplant gegen Ende des Sommers. Festivals sind auch ein paar am Start. Und dieses Jahr auf der MME-Abfahrt Würzburg Stage in einem Versus mit dem Sebastian Groot. Die Nature One steht an. Mehr verrate ich noch nicht. Auf dem Madville Festival hier in der Nähe von Würzburg bin ich auch dabei. Also da ist dieses Jahr noch, der Sommer kann kommen. Oh ja, die Festival-Saison wird lang. Nature One, ach, ich freue mich auch richtig drauf. Jetzt dürfte man eigentlich mal an den Punkt angekommen sein, wo du die Leute grüßt. Und wehe, du grüßt nicht mich. Ja gut, wen grüßt man denn? Also, na klar, grüßt man seine Familie. Meinen besten Kumpel, den Alex, den Chris, den Sascha, den Olli. Meinen Lieblingstürken, den Märcan grüße ich. Den Daniel, wer da alles dazugehört. Den Jules, kennst du den? Kennst du den? Nein, den grüße ich natürlich auch. Den Jörg, den Matze, den Markus. Also alles, was so dabei ist. Als ich das am Ende noch gesagt habe, ich grüße bla 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 und alle, die ich vergessen habe. Das wäre jetzt natürlich noch ein guter Abschluss gewesen. Wäre er gewesen, er hat es noch gesagt. Egal, das war jedenfalls die zweite Folge von DJ Dratsch mit Mobi Jules. Ich würde mich echt mega, mega freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, wen ihr als nächstes haben wollt. Oder was wir besser machen können, was wir schlechter machen können. Nee, schlechter ist scheiße. Aber was wir einfach anders machen können, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Abonniert unseren Channel, liked das Video, teilt das Video, macht, was ihr wollt damit, aber ladet es nicht runter. Ben, ich danke dir recht herzlich, dass du bei mir warst. DJ Dratsch mit Mobi Jules ist jetzt schon fast zu Ende. Hast du noch irgendwas zu sagen? Äh, nö. Okay, das war jetzt nicht geplant. Egal, ich danke euch recht herzlich, dass ihr wieder Teil von DJ Dratsch mit Mobi Jules wart. Schaltet das nächste Mal noch ein. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, teilen nicht vergessen. Ihr wisst schon das ganze Social Media Gedöns. Haut rein, ich bin jetzt auch mal weg. Ich bin jetzt auch mal weg.